herzlich willkommen zurück zu let's play saints row 3 ja gott hat uns ein bisschen bestraft wir haben ein anderes geschlecht ja und bei diesem part machen wir was ganz anderes wir machen die gesamten nebenaktivitäten also es bedeutet panzer panzer schlacht er braucht wird auf tanks immer sehen zwar hat ja unnötig bis da wierd 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 so kam stirbt das wort stirbt das muss man auf die tür wierd 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 da oben ist ein helikopter den kirchstein erstmal komm her also in diesem port werden wir nicht die story vorantreiben wir werden erstmal die stadt übernahmen uns zuerst kümmern das bedeutet leben aktivitäten und ja also soweit wie es jetzt geht wir haben schon fast das ziel geschafft also ehrlich 233.000 wir haben viel mehr als wir sammeln sollen wenn es die kombi zuerst da geht es weiter und bringen es zuerst namaste mal komm ich schon komm ich schon 55 65 und jetzt auch 66 krass jetzt gibt es mehr 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 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 7 8 8 9 9 9 6 10 10 10 9 10 11 14 15 ja da kannst du Geisel übernach Geisel hier auch nehmen so ich fahr schon mal dorthin zum Panzer so Pandora Panzerwanderlismus Janusdorf los geht's zur Runde 2 Panzer, Panzer ja, fein nicht, das schildere Panzer wird witzig werden ich mag Panzer, kommt Panzer gefahren kennst du das Video, ich mag Züge da kommt so ein Typ, da kommt so ein Züge vorbei hey, der Typ geht mir leicht auf den Sack da ja ja, gerade eben war einer da, der hat sich für einen großen gehalten da legt sich erstmal mit dem Panzer an, wenn er grad, weil er bloß so groß und stark ist die sollte man nicht ernst nehmen weinig ist jetzt Ampeln, was? die paar Ampel sind 1000 wert? 600 was haben die denn Verteiler gemacht? Ampeln gebaut, alle benutzt wow die teuersten die Lagen die Lagen ja, wir müssen lassen ja, wir müssen lassen ja, doch hier, ich hab schon Auto gefunden oder einfach mal Ampeln abschließen und die Kombi zumindest startleit erstmal ja ich hab mich schon ganz leicht das ist ein 80er Kombo 112 116 116 ja, 116 119 119 119 yeah, geschafft das ist ja so schwer das ist ja so schwer 73 73 73 Dollar pro Stunde dazu boah 400 ja 4073 kriege ich jetzt pro Stunde und ich hab Bargeld wieder bekommen Bargeld so äh wir kennen gleich mal zum Klamattengeschäft kaufen gehen und gleich mal Panzermatalismus beenden ist mir gleich auf dem Weg das brauchen wir nur mal ein Auto ein Auto da wir brauchen ein Auto ein Auto ja ja ja, ich sehe gerade eins so ja, wir machen das also die Musine vielen Dank Butler du steckst trotzdem du steckst trotzdem vorne ein ne ne vorne ne 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 basic du ne mein Learners ne na ne g ne und dann das neue versuchen diesen bereich so weit einzunehmen wie es gerade geht er kann es noch mal gucken wir haben wir gleich prozent 16.000 n sagt ob man das macht das Gebäude hier wirklich ich bin das wenn es selbst wurde gekauft so dann gehen wir uns in den Panzerwanderlisten muss hart und hart so Ich bin schick angezogen Ich bin schick angezogen So Schön, dass meine Kleider durch das Auto durchgehen Ich bin wunderschön, wenn ich so Ich ebenfalls Jetzt nacketeil Ja weißt du, guck mal ich, fass jetzt du Miner Das ist dick Der eine fass jetzt du Miner und der andere ja Ach guck mal ein Chirurg Ja, das sieht man eh nicht eins Jetzt Äh Jetzt mal Das nächste Nach links Müsste jetzt Da gibt es ein Tattoo-Studio zum 5.000 Ah, schade, recht gerade mal ausgeht Oh, oh, oh Sofäl Schönes Foto Ja, und eine Domina dazu Na komm, stell dich bitte breit Nein, da gehen wir jetzt nicht ran Da steigt ja schon ein Fahr gerade aus Keine Ahnung Irgendwie will die grad ne Foto von mir Keine Ahnung So da vorne Er hat das Tattoo-Studio können wir uns ne leisten Kannst du mir gerade leisten Kannst du 5.000 Also gehen wir jetzt noch links Da unten, über die Brücke, über die Brücke hinter der Und über die Brücke musste fahren Da ist das letzte Panzer-Vandalismus Sag ich doch Ja, mach ich ja gerade eben Permanent Wurst abgeschossen Keine Ahnung Keine Ahnung Ab nach vorne Jetzt sind Panzer dabei Ja, Panzer vor den Stack Obwohl die noch nicht da sind Ah ja 17er 23er 23er 36er 36er 23er 34er 36er 33er 34er 45er 35er 39er wow über uns was der panzer hat überlebt der helikopter hat das jetzt nicht überlebt der helikopter hat überliebt den schuss und jetzt ist er gestorben 850 tausend so viel zeit brauchen wir so dass er es erledigt ja schulde wird nicht immer an worten ein paar mischen mehr laune machen ich glaube schon ja ich finde das schade dass die firma von seins wird die macher von seins das hat mir gesehen bei seins roger fällt ehrlich das hat die kritik abbekommen es gibt die brauchen schnell 100.000 ja ich glaube es noch mal machen aber nicht geschafft die komo muss erst mal verstreichen aktivität von neu beginnen wir müssen also die komo muss verstreichen und dann kriegt man den bonus 50 kann man von 50 das ist ein stackpanzer die stack darf das eigentlich schon nicht geben okay wir müssen wirklich versuchen eine hohe kombi zu machen 60er eine 70er combo 82er combo unsere kombi nein dabei wenigstens die hefte hinbekommen würden erstmal so davon ist eine was? das fahrzeug ist nicht zerstört worden direkt im geschuss das fahrzeug hat sich geleistet zu sterben irgendwo hunderttausend oder dreihunderttausend ja wie gesagt hot is hot hot is hot ok ich muss der reparaturschild geben wieder ich glaube wieder nicht ja wir sollen nochmal versuchen machen das geht gar nicht das ist so schwer das ist so richtig schwer nein kombi geh runter ja die kombi du musst runter gehen wie viel 76.000 reicht es aus? nein 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 noch einmal herrlich irgendwann muss das doch ja bis das last beibekommen so noch ein versuch ich geh die andere seite lang ich geh die andere seite lang das hört mir aus das hört mir aus verkehrt ne mit so ne blendige staffel ist das hier aber war nix für das auto so da vorne ist es auch ehrlich das ist richtig wie gesagt das ist so ein bisschen schwer wie sagt man auf heute die gesamten dinge der gut ist muss sagen gehört zur stadtübernahme dazu ja die hälfte bei 1 1 noch was ich stehe so ganze zeit auf die kleinen schilder auf die kleinen teile mit die sind einfach auf alles was er bewegt und bestehend ich bin 150er kombo 160er ja ich habe eine bandenoperation mit gestoppt gleichzeitig 508 waren da jetzt noch geschafft 6.000 respekt 42 42 bekommen im gleichen auto von unserer nase geld markie macht es ganz bei der in dem bereich noch mal noch bei häuser die man nicht haben er hätte fährst anderer seite trete ich mal um ja wie gesagt dass man nichts beise noch kaufen das geschäft und die immobilie noch kaufen steige wein ich war so kommen stecken ja das original größer so gut da gibt es nämlich noch laden und immobilie und dann würde ich den port erstmal beenden da haben wir zumindest ein paar wenigstens das panzerteil wenigstens schon mal fertig hinter uns und wir haben keine wir haben nur zwei reifen es ist super scheiße zu lenken ich will mit das warzeug ja da ist ein news transporter ich glaube es geht nicht das ist eine kamera der antenne sieht anders aus so wir haben ein tattoo studio 5.000 was das 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 ist 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 ich bin so ein Maxler Körbe Körbe oh, sie geht auf sie geht sie geht So meine Tattoos habe ich, wie gesagt, da können wir zur Immobilie gehen. Die kostet 1.000 und dann können wir dann so, da gibt es noch ein unbekanntes Geschäft und noch, ja. Wir verdienen genug Geld danach durch die Missionen. Ja, wo noch welche Nachrichten, da sind halt die Leute jetzt alle anderen kommen. Jetzt können wir ja nicht Korb spielen. Ja, da sind alle Tattoos, aber nein. So, da vorne ist nämlich noch eine Immobilie und da sind wir ein kleines Stück weitergekommen, Richtung 100% Einnahme. Reicht. Reicht. Ja. So, davon ist es. Wie viel Geld hast du denn eigentlich nach Hause? 1.000 hast du? Okay, gut. Ja, dann sage ich mal eins, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche hinein. Und dass ihr, ja, Expressionen soll man nicht wünschen. Ja, wir wünschen euch einen schönen Start in der Woche, dass ihr schön in der Schule kommt, mit der mich nicht schlagen, ist ganz wichtig. Und ja, und bis zum nächsten Mal, gebt einen Daumen nach oben und abonniert ruhig unseren Teil dieses Video weiter und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.